Dieses Jahr wird Kunst offen, die landesweit bekannte Kunstaktion, über Pfingsten nicht stattfinden. Die momentane Corona-Situation lässt auch eine Durchführung unter Auflagen, wie sie im vergangenen Jahr stattfand, nicht zu. Es sind schwere Zeiten für die zahlreichen Künstler, Kunsthandwerker und ihre Ateliers, die normalerweise vielen Kunst- und Kulturbegeisterten zu Pfingsten offen stehen. Die Veranstalter planen die Aktion im Spätsommer nachzuholen, vorausgesetzt, das Infektionsgeschehen lässt dies zu. Einige der Aussteller planen jedoch eigene Corona-konforme Ausstellungen. So muss Mecklenburg-Vorpommern nicht ganz auf Kunst und Kultur an Pfingsten verzichten.